Moin und herzlich willkommen bei The Flying Dutchman. Heute geht es mal wieder um Tibber und zwar um die Strompreisentwicklung oder meine Strompreisentwicklung auch für den Juni 2024. Ja und ich werde euch einen Überblick geben, wie sich die Strompreisfutures der Strombörse EEX entwickelt haben, also die Strompreise, die man im Jahr zum Beispiel im Voraus kauft oder auch im Monat im Voraus. Das ist die eine Sache. Dann werde ich euch zeigen natürlich, wie sich die dynamischen Strompreise im Juni entwickelt haben und wie das auch im Juli gewesen ist. Dann gibt es noch einen kleinen Blick auf mein Tibber Monitoring in Grafana und ich werde euch zeigen, wie sich meine Stromrechnung bei Tibber für den Juni 2024 so entwickelt hat und welche Tendenz ich da für Juli 2024 sehe. Das Ganze ist auch in Kapitel verpackt, das heißt also hier, wenn du in die Videobeschreibung guckst, kannst du zwischen den verschiedenen Kapiteln springen, sodass du halt genau das gucken könntest, was dir gefällt. Also los geht's. Kommen wir zur Entwicklung hier an der Strompreisbörse EEX und zwar jeweils die Futures. Und zwar ist es hier einmal der Future KAL25, das heißt also, wenn ich Strom im Voraus für das Kalenderjahr 2025 kaufe und halt dann der Future KAL26, wo ich halt Strom fürs Kalenderjahr 2026 kaufe. Diese Preise sind immer in Euro pro Megawattstunde und hier sieht man, dass wir ja im Mai, das ist ja schon Vergangenheit, eigentlich so für dieses Jahr erstmal oder für die nächsten beiden Jahre halt den Hochpunkt erreicht haben, was die Preise angeht. Mit 101,51 Euro bzw. 87,41 Euro halt für die jeweiligen Futures. Und ja, im Juni haben sich die Preise so langsam nach unten entwickelt und ja, Anfang Juli gab es dann nochmal so einen kleinen Rutsch weiter nach unten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab wieder mal die Meldung, dass wir bei einem normalen Winter durchaus mit den Stromspeichern klarkommen. Und das ist auch immer ein Anzeichen dafür, dass dann halt die Strompreise sich etwas entspannen. Und ja, da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Das mache ich hier regelmäßig. So, wie sieht es halt bei den Futures für die nächsten Monate aus? Und zwar kann man bei dieser Strombörse EEX verschiedene Futures kaufen, also wo ich als Stromhändler oder als Stromanbieter quasi dann Strom in größeren Mengen kaufe, also pro Megawattstunde. Und da kann ich das auch neben einem Jahr im Voraus, auch einem Monat im Voraus machen. Ich kann das auch einen Tag im Voraus machen. Ich kann es für das ganze Wochenende machen, wie auch immer. Und hier betrachte ich speziell die Futures, wo ich Strom einmal für den gleichen Monat mir beschaffe oder halt zwei Monate im Voraus. Und auch hier sieht man, dass wir so vom Wechsel Mai auf Juni eigentlich den höchsten Preis hatten. Das ist so ein bisschen verwunderlich immer, weil man denkt ja natürlich, eigentlich müsste man ja denken, dass halt das Angebot im Juni, Juli entsprechenderweise besser wird. Sommer, Monate, Sonnenschrein und so. Das seht ihr aber gleich, zumindest bei meinen PV-Daten, dass das mit der Sonne im Juni und Juli nicht so ganz toll war. Ja gut, und auch hier sieht man, dass wir hier jeweils zum Monatsende das Ganze etwas weiter runtergegangen ist. Das ist natürlich auch verständlich, weil man hat dann wahrscheinlich halt hier schon entsprechenderweise als Händler sich bevorratet. Aber auch hier in der Tendenz kann man sagen, okay, der Peak scheint Ende Mai gewesen zu sein. Diese Strompreis-Futures, das ist immer interessant zu sehen, wie dann zum Beispiel auch so die Strompreise zum Beispiel bei Check24, also die festen Strompreise, darauf reagieren. Die dynamischen Strompreise, wie ich sie nutze bei Tibber, reagieren darauf eigentlich eher gar nicht. Die reagieren eher tatsächlich auf das jeweilige Tagesangebot. Das heißt also, wenn du wirklich viel Sonne und viel Wind hast, dann wird der Strompreis niedriger werden. Und wenn du halt wenig Sonne und viel Wind hast und halt auch viel Gas, dann brauchst du oder vielleicht sogar noch Kohle, dann geht der Strompreis zum Beispiel höher. Das sieht man immer ganz gut täglich bei Tibber an den Preisen so morgens zwischen 6 und 8 Uhr. Da ist der Preis immer hoch und ja, abends so ab 19, 20 Uhr, wenn die Sonne weg ist und die Leute alle zu Hause sind, auch dann geht der Preis wieder ganz steil nach oben. Das zur Preisentwicklung der EEX Futures. Dann schauen wir uns mal die Entwicklung der Strompreise bei Tibber an. Und zwar nutzen wir jetzt dafür, ja, so ein Tabellentool, was ich gemacht habe, wo seit 2021 quasi alle Strompreise, alle stündlichen Strompreise, ja, drin sind. Bis gestern, nee, bis heute, bis gestern, ich weiß es nicht. Also wo du alle dynamischen Strompreise findest. Das Ganze ist ein Analyse-Tool, wo ich halt, ja, verschiedene Preise, verschiedene Farben zuordne, von ganz billig bis ganz teuer. So ungefähr kann man sich das vorstellen, seht ihr gleich. Und dann auch nochmal die Möglichkeit, so etwas wie ein Histogramm sich anzuschauen. Das heißt also, wie oft war welcher Strompreis übers Jahr quasi vorhanden. Das ist halt das, was dieses Tool macht. Du kannst natürlich auch zum Beispiel bei smart.de gucken. Da kann man diese Werte auch wirklich alle einzeln runterladen, wenn man das möchte. Dann kann man damit selber was machen. Du kannst natürlich auch hier meine Tabelle bei Google runterladen. Und je nachdem, wie deine eigenen weiteren Preisbestandteile bei Tilba sind, kannst du hier mit diesem Tool halt, ja, deinen eigenen Strompreis pro Kilowattstunde, deinen eigenen Arbeitspreis ausrechnen. Wir schauen uns hier einmal das Histogramm für das Jahr 2024 gesammelt an. Für die jeweiligen Monate kommt das gleich noch. Und das schauen wir uns gleich später noch im Grafana, der Sport an. Okay, zu den Preisen hier. Man sieht, okay, ich habe hier, ja, viele Preise 19 bis 20 Cent. Das ist so, wenn man das umrechnet später in den Börsenstrompreis. Also Preise um, ja, 0 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt also, hier und dann nach links hin, da ist der Strom umsonst. Und hier auf der rechten Seite sind dann halt die normalen Preise. Und hier sieht man, okay, wir gehen so im Mittel, naja, irgendwas zwischen 27 und 31 Cent pro Kilowattstunde bei den dynamischen Strompreisen im Hinterkopf behalten. Und wenn man das Ganze hier mit 2023 vergleicht, dann sieht man hier, okay, wir sind hier auch so ganz grob 25 bis ungefähr 30 Cent. Es gab aber bei mir, das ist ja basierend quasi auf meinen Strompreisen, eine Strompreiserhöhung zum Anfang des Jahres 2024. Da wurden die Netzgebühren um 3,6 Cent pro Kilowattstunde, muss man sich auch merken, 3,6 Cent pro Kilowattstunde erhöht. Und das war natürlich dann relativ massiv, sodass ich da halt quasi eine komplette Rechtsverschiebung dieses Histogramms bekommen habe. Das ist noch nicht so ganz so aussagefähig. Da muss man halt dann später nochmal schauen. Okay, schauen wir uns die Clusteranalyse an. Bei der Clusteranalyse gehe ich hin, schaue mir an, wie ist der Strompreis in dieser jeweiligen Stunde. Und ja, füge dann quasi diesen Strompreis, je nachdem wie hoch er ist, in verschiedene Cluster hinzu. Und zwar hier 19,96 Cent, also die Preise, die besonders günstig sind. Dann so einen mittleren Preis, so einen etwas höheren mittleren Preis und einen teuren Preis. Und dann zähle ich halt, wie oft halt in diesen Clustern diese Strompreise vorhanden waren. Und da zeigt sich halt für den Juni 2024, okay, ich hatte hier 64 sehr günstige Preise oder 64 sehr günstige Stunden, so muss man das sehen. Oder ja, 64 sehr günstige Stunden, 89 Stunden, wo man sagen kann, okay, die waren auch in Ordnung, 131 so mittel und dann ja, 436 Stunden, die über 28 Cent pro Kilowattstunde lagen. Das habe ich für mich so gesetzt, dass 28 Cent pro Kilowattstunde teuer sind, weil das der günstigste Preis ist, den ich hätte als Festtarif im März 2024 abschließen hätte können, wenn ich weiter in diesem Trott mit den statischen Stromtarifen geblieben wäre, mit den fixen Stromtarifen. Und ja, da sieht man, dass ich halt bei Tibber an 436 Stunden im Monat teurer gewesen wäre, als dieser günstigste Stromtarif, den ich hätte haben können. Und dieses Tool ist halt auch dafür da, für dich zum Beispiel, dass du selber für dich eine Entscheidung treffen kannst. Du kannst diese Cluster halt selber definieren für dich. Und so kannst du halt sehen, okay, da gibt es genügend günstige Stunden im Monat, wo ich zum Beispiel meinen Akku laden kann, wo ich das E-Auto laden kann, wo die Wärmepumpe irgendwie laufen kann oder was auch immer. So, für den Juli sieht es so aus, da habe ich bis jetzt 336 teure Stunden, 67 sehr günstige Stunden, 80 Stunden so mittelmäßig und 117 Stunden ist okay. Ja, und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Das heißt also, wir hatten im Juli bis jetzt sehr, sehr viele günstige Stunden im Vergleich zum Juni, aber im Vergleich zum Mai, ja, waren es halt doch weniger. Und da sieht man schon so ein bisschen, okay, diese beiden Monate hier, Juni, Juli, die waren doch, naja, verglichen mit den letzten 3, 4 Jahren doch ungewöhnlich wolkig zum Beispiel. Okay, das Ganze habe ich dann auch nochmal, ja, stündlich betrachtet. Das heißt, zu welchen Stunden gibt es eigentlich diese günstigen Strompreise und das ist halt hier, ja, das Ergebnis für 2024. Hier habe ich noch diesen Cluster, oder hier habe ich schon diesen Cluster mit 19,96 Cent drin. Ja, und hier sieht man ganz klar, wir haben jetzt natürlich Sommer. Da sieht man ganz klar, okay, ich habe in den Mittagsstunden immer die günstigen Tarife. Das heißt also, wenn ich eine PV-Anlage habe, wo ich dann sowieso in den Mittagszeiten über die PV den Akku voll machen kann, dann ist vielleicht Tiva nicht so die perfekte Lösung. Man sieht aber auch, dass hier gerade in den Morgenstunden auch günstige Zeiten da sind. Die stammen allerdings noch aus dem Winter und du findest hier in diesem Tool auch eine Analyse der Winterstunden, nämlich zum Beispiel von 11,23 bis 20,000 Euro. Ja, 0,24 und da sieht es dann halt ganz wieder ganz anders aus. Das heißt, da habe ich dann zum Beispiel, ja, im Winter vor allen Dingen nachts die günstigen Stunden. Und da wird es dann wieder halt, gerade wenn die PV nicht da ist, wenn ich im Winter wenig PV-Ertrag habe, dann ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, wirklich mit Tiva zu agieren. Da muss man aber natürlich immer gucken, ob auch die Grundgebühr für dich passt oder ob es nicht vielleicht sogar sinnvoll ist, ein Tarif mit einem günstigen Arbeitspreis und einer günstigen Grundgebühr zu finden. Da muss man immer so ein bisschen abwägen, was halt einem da besser passt. So viel zu dem Tiva-Preis-Dool. Dann haben wir natürlich hier noch mein Grafana-Dashboard für Tiva. Da können wir auch einmal kurz reinschauen. Und ja, diese Sachen interessieren nicht. Wir gucken uns erstmal den letzten Monat an. Das ist erstmal der Juni. Und hier sieht man, okay, das ist so hier mein täglicher Stromverbrauch in Euro. Aber das ist erstmal ja nicht so ganz interessant. Wichtiger hier ist hier dieser dynamische Strompreis. Das heißt, hier sieht man auch wirklich noch mal wirklich eins zu eins die Strompreisentwicklung mit dem jeweiligen täglichen Durchschnittspreis. Und ja, wichtige Faktoren sind hier eigentlich unter anderem der Preisunterschied pro Tag. Das heißt also, das Laden und Entladen mit einem Akku funktioniert nur dann, wenn ich möglichst hohe Preisunterschiede habe am Tag. Weil ja, ansonsten werden halt diese Unterschiede durch die Verlustleistung beim Laden und Entladen, die man da hat, aufgefressen. Und das möchte man natürlich nicht. Und da ist es dann natürlich gut, okay, wenn man diese hohen Preisunterschiede hat. Zum Beispiel hier der Tag mit einem Preisunterschied von 5,30 Euro, Quatsch, mit einem Preisunterschied von 5,3 Cent pro Tag. Da lade ich den Akku erst gar nicht voll und ich entlade auch nicht aus dem Akku, es sei denn, ich habe halt den Vorteil, dass ich vom Vortag noch günstig irgendwo Strom irgendwie im Akku habe. Dann kann man das natürlich machen. Ich habe jetzt bei mir im Büro hier nur eine kleine PV. Das ist für jede Anlage anders. Okay, wenn man sich jetzt hier dieses Histogramm vom Strompreis anschaut, dann sieht man hier auf einmal einen Preis von, naja, 2,94 Euro. Das war halt am 26.06. ein Fehler, ein technisches Problem in der Strombörse EPEX. Da hat sich quasi der gesamte europäische Markt entkoppelt und es konnte nur noch Strom aus Deutschland für Deutschland gekauft werden, was dazu geführt hat, dass wir hier zwei astronomische Strompreisspitzen hatten, wo der Preis halt nahe an die 3 Euro zumindest bei mir heranging, nämlich morgens und abends. Aber mittags, PV-Ertrag war halt an diesem Tag trotzdem der Preis hier bei 20 Cent, also bei 0 Cent pro Megawattstunde oder 20 Cent pro Kilowattstunde, also bei mir da. Okay, was man sich weiter noch anschauen kann, ist hier das Preislevel, auch da habe ich wieder so eine Cluster-Geschichte gemacht, nämlich 19,7, also unter 19,7 Cent, um 19,7 Cent und so weiter. Also es ist was Ähnliches wie die Cluster-Analyse, die ich halt in dem Tibber-Preistool mache, nur halt bei mir im Grafana-Monitoring. Und hier sieht man, okay, ich habe hier viele schöne blaue Zeiten, das ist immer schön abwechselnd und immer, wenn ich gelbe Preise dabei habe, okay, ist das zwar nicht so super, aber das reicht auch teilweise auch noch aus, um den Akku zu laden. Das heißt also, ich habe hier schöne Preisunterschiede pro Tag und auch das sieht man hier in dieser Heatmap nochmal ganz gut. Das heißt also, wenn hier diese Unterschiede möglichst groß sind, dann lohnt es sich halt immer zu laden und zu entladen. Und wenn ich hier so was Kleines habe, wo es so nicht so viele Preise sind, wo die Preisverteilung über den Tag sehr, sehr eng ist, dann ist es halt ja eigentlich kein guter Tibber-Tag. Genau, so schaut es dann aus. Und wir können uns das Ganze auch nochmal für den aktuellen Monat hier anschauen. So, und hier sieht man auch nochmal wieder die Verteilung der Strompreise, da ist wirklich, ja, stundenweise das Ganze hier auch nochmal als Histogramm. Das heißt also, man sieht hier natürlich, dass es hier einmal auch relativ viele günstige Preise schon gab. Das ist ja das, was wir hier in der Strompreisberechnung schon gesehen haben. Und übrigens, falls es euch nicht aufgefallen ist oder ihr es euch gerade fragt, du hast doch gerade gesagt, Jens, es gab am 26. Juni diesen ganz, ganz hohen Strompreis. Und ja, den müsste ich doch eigentlich auch hier in diesem Histogramm wiederfinden. Nein, tust du nicht, weil scheinbar hat Smart, das gehört der Bundesnetzagentur, dieses Smart-Portal, hat diese Preise nicht übernommen. Und die sind da irgendwie gekürzt eingeflossen. Ich kann euch das auch in den Rohdaten nochmal zeigen, damit du weißt hier, das habe ich nicht irgendwie gefakt oder so, sondern das ist am 25. Juni. Ich habe euch das hier mal netterweise markiert. Das heißt also, hier sieht man zwar auch mit 130 Euro pro Megawattstunde einen relativ hohen Preis oder auch hier mit 134, aber irgendwie haben die das geglättet gekriegt. Warum das jetzt so ist, kann ich euch nicht sagen. Also müsste man mal bei Smart nachfragen, was da passiert ist und warum das halt nicht, ja, diese Strompreise der EPEX sind. Spannend. Naja, okay, also der aktuelle Monat schaut ganz gut aus. Wir haben auch hier einen großen Bereich gehabt um den 7.7. rum mit viel Wind und viel Sonne. Da war es halt entsprechenderweise sehr günstig. Dann hatten wir auch wieder ein paar Tage, wo es halt sehr, sehr teuer war. Aktuell ist es halt eher so ein bisschen, naja, graue Suppe. Heute war es nochmal so eine Stunde ein bisschen günstig. Gestern war es besser. Und am Freitagmorgen ist es wieder irgendwie, ja, graue Suppe scheinbar. Da ist der Preis wieder relativ hoch. Ja, auch hier, was die Volatilität oder den Preisunterschied pro Tag angeht. Wir hatten hier einen Tag, okay, wo es sich nicht gelohnt hätte zu laden und zu entladen oder vielleicht hier noch einen zweiten. Aber ansonsten war es eigentlich durchaus lohnenswert und ich habe schöne, große Preisunterschiede gehabt. Und jetzt warten wir wieder auf das nächste Schiff. Ja, schauen wir uns dann mal an, was das Ganze bei mir an Endbetrag auf der Stromrechnung gegeben hat. Und hier sieht man einmal meine monatlichen Stromkosten, die ich bei Tibber habe. Aber es sind hier im Hintergrund immer noch so Vergleichswerte aus den letzten Jahren. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Und jeweils die Zahlen, die nicht, ja, so ein bisschen ausgegraut sind, das ist das aktuelle Jahr. Und zwar haben wir hier einmal diese Tibberfarbenen, ja, mintfarbenen, hellblauen Werte und bezahlt habe ich tatsächlich 74,99 Euro für den Juni 2024. Jetzt kann man sich natürlich wundern, hey Jens, warum hast du da so einen Riesensprung in dem Strompreis? Das siehst du gleich. Ich hätte dann bezahlt bei dem günstigsten Tarif, den ich hätte bei Check24 zu diesem Zeitpunkt abschließen können, hätte ich bezahlt 86,26. Das war hier Grünweltenergie, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und zwar mit dem jeweils passenden Tarif. Ich glaube, das war irgendwas mit 24, irgendwas Cent und 16 Euro irgendwas Grundgebühr. So, und der Preis, den ich ja hätte bezahlen müssen, wenn ich dann im März wieder einen günstigen Strompreis genommen hätte, das war, glaube ich, Irenia mit einem Preis von um die 28 Cent pro Kilowattstunde. Da hätte ich bezahlt 90,40 Euro, hätte ich da bezahlt, wenn ich da halt ja dann quasi meinen Verbrauch 1 zu 1 abgerechnet hätte. Okay, wie sieht es jetzt bis jetzt für den Juli aus? Bis jetzt habe ich hier bei Tibber 57,41 Euro als Abschätzung auf dem Tacho stehen. Und wenn ich den aktuellen Verbrauch jetzt hier mit dem günstigsten aktuellen Tarif bei Check24 vergleiche, das wäre aktuell Schwarzwald Energy, die haben den Vorteil, die haben irgendwas mit 25, irgendwas Cent pro Kilowattstunde, haben aber eine sehr niedrige Grundgebühr von 12,50 Euro pro Monat. Da muss man natürlich gucken, ob da alle Zähler, also auch so eine moderne Messeinrichtung mit drin sind, aber da sind die Kosten auch relativ gering noch pro Monat, die dann extra drauf kommen würden. Und hier dann halt wieder bei meinem möglichst günstigen Tarif, den ich hätte 0,324 abschließen können, da würde ich dann bei 73,51 Euro liegen. Ja, und der Grund, warum ich hier natürlich so viel mehr bezahlt habe, ist der Verbrauch in Kilowattstunden. Da sieht man schon 280,09. Ich war viel im Büro, habe Akkutests für euch gemacht und das Laden und Entladen des Akkus, ja, da geht nicht immer voll aus der PV, sondern geht auch teilweise aus dem Netz. Ich habe sehr, sehr viel mit dem 3D-Drucker gemacht, sehr große, lange Drucke. Ja, und deswegen, ja, habe ich hier so viel quasi verbraucht. PV war übrigens nicht so viel, 53,5, wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht, ist das schon eine traurige Sache. Und ich habe ja gerade gesagt, wir hatten dieses Jahr hier ja einen sehr, sehr verregneten Juni. Das war jetzt nicht so klasse, der Mai war etwas besser. Und auch hier, der Juli zeigt sich auch nicht von seiner besten Seite bis gestern, 41,1 Kilowattstunden PV-Ertrag. Hier auch der Verbrauch bis jetzt, 220 Kilowattstunden, da wird noch ein bisschen was drauf kommen. Aber, ja, wenn die Strompreise nicht günstiger werden, jetzt in den nächsten Tagen, dann werde ich auch nicht drucken und dann ist das auch erstmal, ja, egal. Okay, Durchschnittspreis, was habe ich quasi an, ja, Strompreis in Cent pro Kilowattstunde bezahlt? Da habe ich jetzt bezahlt im Juni 2024 22,08 Cent pro Kilowattstunde. Und das deckt sich in etwa, ja, mit meinem Preis von 2023, da habe ich halt 21,99 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Man darf dabei nicht vergessen, das ist das, was ich wirklich bezahlt habe, was ich umgesetzt habe, obwohl der Strompreis bei mir 3,6 Cent pro Kilowattstunde Netzgebühren gestiegen ist. Das heißt also, im Endeffekt ist mein Strompreis bei Tiba jetzt günstiger als im letzten Jahr, wenn diese Netzgebühren nicht wären. Das darf man nicht vergessen. Das heißt also, das ist ein Zeichen dafür, dass im Vergleich zum letzten Jahr der Börsenstrompreis günstiger geworden ist und sich da natürlich Tiba wahrscheinlich noch lohnen wird. Und die Frage dabei, wenn man das jetzt hier mit den 24,89 Cent pro Kilowattstunde vergleicht, die jetzt zum Beispiel hier in diesem Fall, dass es Grünwelt aufruft, da muss man sich immer fragen, okay, haben die da eigentlich diese 3,6 Cent Preiserhöhung für die Netzentgelte schon eingerichtet? Schwierig. Also ich rätsel das ja seit Anfang Januar und wir haben jetzt fast Ende Juli und irgendwie ist da noch kein Ende absehbar, wie lange die das jetzt noch so durchpushen wollen. Da bin ich sehr gespannt. Also die müssen irgendwie sehr, sehr günstig einkaufen, weil 22,08 Cent pro Kilowattstunde, das muss man mal überlegen. Wenn man da jetzt noch, das sind halt, ja, ich habe ja diese 20, Quatsch, diese 19,96 Cent als, ja, weitere Strompreisbestandteile bei Tiba. Das heißt, das ist immer gesetzt. Und das heißt also, für den Strom selber zahle ich inklusive Mehrwertsteuer nur ungefähr 2 Cent pro Kilowattstunde. Und ja, das ist hier dann schon bei den Anbietern wie Grünwelt oder auch hier für den Juli bei Schwarzwaldstrom. Schon sehr merkwürdig, wie die diese Preise hinbekommen. Ich habe ja schon mal gemunkelt, es könnten PPAs sein. Wenn ihr da mehr wisst, gerne Infos in die Kommentare. Würde mich freuen, wie ihr das seht. Ob die wirklich, ja, vorfinanzieren quasi und dann halt mit der nächsten Vertragsverlängerung halt wirklich dann nochmal so auf den Strompreiserhöhungsbutton quasi klicken. Also, aber man sieht hier auch, der Juni, Quatsch, der Juli scheint günstiger zu sein als hier das letzte Mal im Juni. Man darf übrigens nicht vergessen, dass es natürlich bei mir diese Strompreise deshalb so entstehen, weil ich natürlich nur den verbrauchten Strom in den jeweiligen Stunden bezahle. Das heißt also, ich sehe zu, dass ich halt möglichst in den günstigen Stunden den Akku voll mache und dann halt in den teuren Stunden den Akku entlade, sodass ich dann halt hier ja auch solche günstigen Preise komme, weil die spiegeln natürlich auch nicht den Durchschnittspreis von Tibber wieder. Das muss man vielleicht da noch im Hinterkopf halten. Dann schauen wir uns nochmal an, wie viel ich im Monat gespart habe. Und dafür habe ich das hier verglichen mit dem jeweils günstigen Tarif, also dieser Ersparnistarif 0323,0324. Das heißt, das ist so die Ersparnis, die ich habe, wenn ich mir halt angucke, zu diesem Tarif, den ich hätte jeweils im März eines jeden Jahres hätte abschließen können. Und demgegenüber hätte ich jetzt, oder habe ich jetzt mit Tibber gespart, 15,41 Euro für den Juni. Und für den Juli wären es jetzt gewesen 16,10 Euro. Und ja, wie man hier sieht, die Ersparnis gegenüber dem absolut günstigsten Tarif, den ich hätte bei Check24 abschließen können. Das ist aber jeweils für den jeweils aktuellen Monat. Da wäre ich bei 11,27 Euro gewesen, beziehungsweise jetzt im Juli bis jetzt bei 11,61 Euro. Und das hier wäre Grünwelt gewesen und das hier Schwarzwaldstrom. Und hier kommt das nächste Boot. So langsam geht mir das auf den... Ja, und wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit den Daten aus dem Vorjahr, da sieht man, okay, im letzten Jahr waren halt dann die Ersparnis, wäre für einen Tarif gewesen, wo ich 36 Cent pro Kilowattstunde im März 2023 hätte abschließen können. Und da hätte ich halt, ja, wesentlich mehr gespart letztes Jahr, oder habe ich letztes Jahr wesentlich mehr gespart. Und ja, jetzt kann man sagen, okay, ist diese Ersparnis so fast auf die Hälfte zusammengesackt. Das ist natürlich nicht so ganz so super. Das heißt, also wenn ich jetzt hier nicht schon diese ganze Implementierung gemacht hätte, könnte man sich wirklich fragen, ob sich das hier lohnt. Aber was man sieht, hier im März war diese Ersparnis noch sehr gering, sogar ich hätte hier sogar drauf gezahlt. Und so langsam scheint es wieder höher zu gehen. Wobei es halt hier in diesen beiden Monaten halt auch an den hohen Verbräuchen liegt. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Aber so in der Tendenz könnte man sagen, okay, die Ersparnis könnte wieder größer werden, weil hier habe ich jetzt ja bis jetzt nur 220 Kilowattstunden verbraucht, gegenüber hier den 280. V-Ertrag war hier auch nicht, auch weniger als hier bis jetzt. Das heißt, von daher könnte es natürlich schon sein, dass es ja sich mit Tibber, jetzt nervt der Vogel rum und kein Boot, ja, könnte es natürlich sein, dass es da mit Tibber wieder nach oben geht. Schauen wir mal. Ja, ich finde, das Thema Tibber bleibt in irgendeiner Form sicherlich natürlich spannend. Ich habe jetzt demnächst noch mal vor, so einen kleinen Ausblick, vielleicht sogar einen kleinen Rant dazu zu geben, wie sich quasi diese EEG-Geschichten, also die Tendenz, dass die EEG-Einspeisevergütung weiter reduziert werden soll, beziehungsweise dass es halt ja nicht mehr so massiv zu negativen Strompreisen, kommen soll, wie sich das quasi vielleicht auf die Preise bei Tibber auswirken wird. Und auch möchte ich gerne ja ein kleines Wort darüber verlieren, was im Digitalbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zum Smart Meter Rollout gesagt wird. Und ja, vielleicht auch mit euch diskutieren, ob dann wirklich die Smart Meter und die modernen Messeinrichtungen vielleicht teurer werden. Das ist Thema in einem der nächsten Videos. Wenn du das nicht verpassen möchtest, weißt du hier Abo dalassen. Wenn du was mit dem Video anfangen konntest heute, lass mir doch natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich dir tolle PV-Erträge, günstige Strompreise, tolles Wetter. Geh nach draußen, genieß die Natur. Ich wünsche dir auch alles Gute natürlich. Bis dahin. Tschüss.